Wir machen Farben-Battle in Fortnite gegen SU. 50 schwarze Skins gegen 50 weiße Skins fighten. Wer am Ende gewinnt, bekommt 10.000 V-Bucks. Let's go! So machen wir das. You do die obere Hälfte, wir do die untere Hälfte. Und ich würde sagen, Leute, Farben-Battle gegen SU geht los. Schwarze Skins gegen weiße Skins. Und wir dürfen uns schon direkt attackieren. Also wenn irgendjemand von eurem Team jetzt zu uns kommt, den werde ich sofort attackieren. Ja, 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 ja. Ja, also das ist natürlich eigentlich noch nicht attack... Also wir looten erstmal, Freunde, und dann attackieren wir die. Aber falls ihr jetzt irgendwo landen solltet, geht natürlich direkt auf die rauf. Holt euch hier, holt euch, was ihr braucht. Und dann geht's ab, weil wir müssen uns gut ausrüsten. Team weiß, landet einfach irgendwo oberhalb. Versucht ganz viele Mets zu holen. Geile Items, und dann treffen wir uns irgendwann. Ja, ich werde auch erstmal hier gut... Ich meine Team weiß, ihr seid groß genug. Ihr wisst, dass die richtige Entscheidung sein wird. Nicht wie bei Stani in seinem Team. Und denkt dran, Freunde, schießt euch natürlich nicht untereinander ab. Und klaut auch hier auch keinen Loot. Das Ding ist, Bro, diesmal sind 93 Spieler insgesamt drin. Das wird krass. Boah, das sind echt sehr lefte Spieler. Eigentlich müssen wir relativ schnell den Fight starten, damit wir nicht Zone-Damage bekommen. Äh, nicht Zone-Damage-Schäden bekommen. Das ist das, was mach ich, das geht da! Rauf, 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 rauf! Rauf, 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 rauf! Ey, du bist auf der falschen Seite! Bro, der erste Skin ist down, der erste Skin ist down. Wir brauchen Protection, wir müssen ihn protecten! Bro! Geil, hier ist schon wieder alles gelootet. Weg, weg, weg! Ich bin extra irgendwo gelangen, wo ich hoffentlich so ein bisschen Loot finde. Der erste weiße Skin ist down, Leute, das ist big, das ist big, das ist big, das ist big. Nein! Das ist big! Drei Leute sind sogar down gegangen. Ja, also Team Weiß hat gar keine Chance gegen unseres Team hier. Ich würde sagen, wie gesagt, Freunde, wir holen uns jetzt erstmal den Boss hier in Reckless Rail Race. Und, äh, dann werden wir uns gleich zusammen sammeln. Und dann wird Sue nämlich sein blaues Wunder erleben. Hä, gehört das nicht eigentlich zu unserer Stelle? Also ich meine, so oder so können wir da hin, das ist ja gar kein Problem, aber... Nee. Wo du sagst, untere Hälfte, du bist bei mir auf der oberen Seite. Alles gut, killt Stani dann. Kannst machen. Ja, dann gut, komm her. Ja, dass du bei der oberen Seite bist. Das ist hier unsere Seite, was laberst du? Das ist definitiv die obere Seite. Das ist hier unsere Seite. Geht auf die Leute, wenn die Leute sind, killt die. Reckless Rail ist definitiv die obere Seite. Reckless Rail ist unsere Seite. Das ist doch nicht die untere Seite. Das ist unsere Seite, natürlich. Nein. Also letztendlich kannst du ja dahin gehen, wo du willst, aber wenn du gleich verrecken solltest, dann ist das nicht. Ja, wenn dein Team gleich down gehen solltest, dann brauchst du dich nicht wundern. Ne, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn wir hier gleich dein ganzes... Ich wundere mich über bestimmte Sachen, ja, das stimmt. Aber über dein Verhalten wundere ich mich am meisten. Und endlich habe ich mal gleich full life. Oh, der da oben ist worn, der da oben ist worn. Hin, da, hin, da, hin. Zieh, soll ich was für dich mitnehmen? Boom, Blitzy, Junge. Blitzy, down. Noob down, Alter. Beiseite, Blitzy. Falsches Team sich ausgewählt. Loser. Blitzy hat kassiert ohne Ende gerade von mir. Kannst du mal aufhören, solche Töne zu spucken? Junge, der hat sich für das falsche Team entschieden. Der hätte lieber Team Stani auswählen sollen. Ich glaube, ich sollte mal Reckless Raids einen Besuch abstatten gehen, ne? Ja, das Ding ist halt, ich brauche halt unbedingt Blutlife. Ich habe auch noch kein Blutlife. Zukommt, zukommt. Oh mein Gott, zukommt. Freunde, ich brauche unbedingt Blutlife. Team, mal bitte, mein Team, mal bitte Blutlife. Wie viele Leute sind denn gerade bei dir? Sei mal ehrlich. Bei mir sind echt nicht viele. Alle mal von meinem Team nach Reckless Railways langsam kommen. Analysieren. Also, Digga, ich habe hier wirklich gerade zehn Leute gerade mal gehabt bei mir. Also, zehn Leute war ich maximal gesehen, ne? Sicher. Ja, 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 alle mal. Oh, hier ist Blutlife, wichtig, 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 sehr gut. Jungs, denkt rein, ich bin euer Teamkapitän. Also, Biggies und zu mir droppen. Alle mal zu mir kommen. Wir müssen nämlich hier einen Masterplan machen gegen Sue. Ja, das musst du mir droppen, Bro, das musst du droppen. Team Weiß. Sehr gut, danke. Wie treffen wir uns auf den Zug? Oh mein Gott, Team Weiß, lasst uns einfach diesen Zug einnehmen. Das ist der Plan jetzt. Dann seid ihr down, dann seid ihr down, wenn hier Reckless Railways kommt. Dann seid ihr down. Team Weiß, lasst uns wirklich diesen Zug einnehmen. Wir werden wahrscheinlich jetzt viele von dem anderen Team sehen, aber dann könnt ihr die angreifen. Team, wir werden hier den Boss einnehmen. Team, wir werden hier den Boss einnehmen. Team Weiß kommt einfach zum Zug. Wir werden safe dann wahrscheinlich noch in der Zone sein, wenn er einmal hier alles überrundet. Und denkt dran, wenn ihr hier Leute aus Team Weiß seht, keine Gnade, direkt weg damit. Boah, was sind das hier für Rainbow-Strahlen? Wie machst du das? Sehr gut, sehr gut. Alter, wir haben einen Sänger. Guckt euch die dreimal an. Ja, ihr habt eine Boy-Group, Junge. Ihr habt einen Loser-Boy-Group, Alter. Mehr habt ihr nicht. Alter, krass, wie das aussieht. Team Weiß, Team Weiß. Hol die Karotten raus. Also, Jungs, ich sage euch ehrlich, sind wir nicht mehr Team-Mitglieder? Ach, du Gnade, Leute. Ey, guck mal bei der nächsten Station und wir gehen gleich die nächsten ab. Bro, der hat disconnect. Einmal mit einsteigen. Ey. Schnell, komm rauf, Kollege. Also, ich sage dir leider... Jemand schießt auf uns, passt auf. Team Schwarz, da hinten. Also, wir haben hier zehn Leute. Aber, Jungs, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Sicher. Also, wir sind hier, ich weiß jetzt nicht, was wir sind, aber 10, 15 Leute sind wir hier? Aber geht, bei mir sind auch gerade zwei von Team Schwarz gewesen auf dem Berg. Team Weiß kommt alle zum Zug. Ey, Bro, das wäre so lustig, wenn du hier mit dem Zug nach Reckless Railways reinfährst. Ja, da musst du dich noch ein bisschen gedulden, mein Freund. Äh, oder warte mal, wir könnten ja den Zug abfangen, Leute. Der Zug ist gerade... Schnell, alle auf den Zug. Leute, hier lang, wir fangen den Zug ab. Wir fangen den Zug ab. Holt euch, Mats, holt euch alles. Alle auf den Zug. Alle auf den Zug. Wer rebootet hier? Wer rebootet hier, Leute? Kommt, alle auf den Zug. Ah, okay, ist unser Team, ist unser Team, alles gut, ist unser Team. Unser Team rebooted, alles gut. Hey, nicht Pickaxe, weil wir müssen eh gleich loslegen. Leute, baut euch hier. Warte mal, wir gehen jetzt hier Richtung Zug, wo die kommen. Und da werden wir uns gleich eine Base bauen. Und dann werden wir sie abfangen. Oh, wir konnten das mit dem Zug hier wieder hacken. Let's go und nehmen ein bisschen Items hier raus. Sehr gut. Gleich nochmal hacken, nicht vergessen. Kommt mit, komm mit, komm mit, Jungs. Kommt mit. Vorsicht mit den Autos. Vorsicht, Jungs, sonst verlieren wir hier wieder Blue Life. Richtung Schienlack. Macht euch ready, die könnten jetzt jeden Augenblick irgendwo rauskommen. Aufpassen. Alle Richtung Schienlack, mein Team. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig, Leute. Das wird sehr, sehr schwierig. Sie, du bist einfach Sensei Wu. Sensei Wukong. Hey, guck mal, was der Kollege hier macht. Einfach Künstler. Okay, Freunde, wir werden hier warten. Wenn die gleich hier mit dem Zug langfahren, werden wir von oben angreifen, okay? Wir gehen noch ein bisschen weiter hier rein. Passt auf, passt auf, Team Weiß. Die haben irgendwelche krummen Pläne vor. Boah, Bro, wenn ihr hier... Oh, mein Gott. Also, wenn ihr wirklich auf dem Zug bleiben solltet. Nein, hier ist jemand down gegangen. Jungs, sie werden hier abfahren. Der wurde mal gleich weggesnipet. Wenn die hier aus dem Turtel kommen, werden wir die abfangen mit dem Zug. Team Weiß, alle einmal bitte einsteigen. Hier werden wir die abfangen, wenn die rauskommen, okay? Hier, stellt euch alle hin. Stellt euch alle hier zu mir. Und wenn die kommt, werden wir einfach auf den Zug schießen, okay? Macht euch bereit, Team Weiß. Alle herkommen. Alle herkommen, alle herkommen. Hier bauen wir unsere Base. Mit der Spitzacke. So. Und wenn der Zug gleich hier kommt, Leute, die bei ihr beide nach oben macht einen Linienangriff auf den Zug und wir greifen direkt den Zug an. Das wird krank. Okay, stellt euch hier alle hin und wir schießen alle gleichzeitig dann auf mein Kommando. Wenn ich sage, mein Kommando, dann schießen wir alle gleichzeitig auf den Zug. Macht euch bereit, Team Weiß. Nicht hier vorbauen, hallo. Wer baut hier vor? Wir sind stärker. Pass auf, da hinten sind irgendwelche Gegner. Da ist Team Weiß. Das wird übel, wenn ihr hier rauskommt. Pass auf, lasst euch nicht snipen, Jungs. Es geht gleich los, passt auf. Wir stehen alle auf einem Fleck, das ist vielleicht gar nicht so gut. Weil dann könnt ihr einfach schießen mit der Sniper. Die schießen jetzt schon. Aufpassen, Team Weiß. Da ist Team Weiß. Die kommen jetzt mit dem Zug. Die kommen jetzt mit dem Zug. Bleibt kurz in der Zone. Bleibt kurz in der Zone. Wir tanken kurz die Zone. Oh Gott. Hä, aber es sind doch so viele Leute eigentlich noch am Start. Die schießen jetzt schon. Es wird gefährlich. Okay. Also, kurze Hits zu landen. Bleibt kurz in der Zone. Keine Ahnung, bleibt weiter auf dem Zug. Oder geht rüber, geht rüber, geht rüber in die Zone. Geht rüber in die Zone. Die greifen von oben an in der Zone, wo wir in der Zone drin sind. Ja, wo sind die? Rüber, 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 rüber. Da sind viele von Team Weiß. Was macht ihr da aufpassen? Und jetzt hier, wenn die gleich kommen, wenn die gleich kommen, Leute. Ihr müsst echt aufpassen. Oh, was machen die da? Die kommen, die go, die go, die go. Schießen. Feuer, 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 Feuer. Feuer, oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Ich krieg One-Shot-Slightbar. Ey, Mann. Mann, ich hol dich, ich hol dich. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich mach mich. Na, ach, Katsch, Katsch. Ich mach mich. Ich hol dich, ich hol dich. Heute ist nicht mein Tag. Ich kann nicht mehr. Leute, ich hol kurz you. Ich kill dich, ich kill dich. Ich krieg einfach One-Shot wieder ab. Ich hol. Oh, alles gut. Ist ja mein Team gewesen. Ich hol kurz. Lass sie runter, lass sie runter, lass sie runter. Dankeschön. Weil du bist doch der Team-Kapitän. So. Warte, Team-Kapitän. Mein Team muss kurz warten, Leute. Ich komm gleich wieder. Ich nehm mir die Impuls-Granaten. Nicht jetzt auf mich schießen. Ich muss kurz weg. So, Stu ist wieder da. Okay, das war krass. Ich bin wie so ein Magnet einfach. Irgendwas hat sich einfach cool gedingst. Okay, Team. In die Mitte, in die Zone rein, mein Team. In die Zone rein. Komm, Champagner-Party. Kommt her, Leute. Uh. Ich kann euch, glaube ich, gar nicht heilen, ne? Und immer drauf achten. Immer drauf achten, wer bei uns im Team ist, Leute. Nicht auf unser Team schießen. Okay, Leute, wir müssen jetzt runter. Wir müssen am besten jetzt, keine Ahnung, wohin gehen wir. Wir gehen jetzt Richtung... In die Zone, in die Zone. Ruined Reels, Ruined Reels, Ruined Reels. Ja, okay, warte mal. Ich muss noch mein Team hier auch... Team, wir gehen Fancy Fields. Mein Team nach Fancy Fields. Ey, Bro, war das euer Plan gerade hier mit diesen blauen Granaten? Nee, nee. Wir haben gerade so viele blaue Granaten abbekommen. Ja, übertrieben viele. Das haben wir clever gemacht, weil wir haben extra auf euch gewartet. Und haben ja alle geschossen, wo ihr da mit dem Dings gekommen seid. Das war echt strong, 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 strong. Ich habe nicht damit gerechnet, dass... Also, wir haben schon gewusst, dass ihr uns gleich angreifen werdet, aber dass wir da solche Hits abbekommen. Mein Team nach Fancy Fields kommt, Leute. Und S2MU kriegt natürlich wieder einen Headshot ab. Das, äh... Ja, Bro, ich habe halt die krassesten Sniper überhaupt drinne. Aber ich sage dir ehrlich, es sieht gut aus. Ich habe eigentlich ein relativ gutes Team, glaube ich. Aber das war zu lustig, gerade als wir auf euren Zug da geschossen haben. So, hier mal kurz... Team weiß Richtung Ruined Reels. Hä, kann es sein, dass du gerade vor mir bist, Stanny? Äh... Oh, oh. Vielleicht. Ich sag mal so, gleich kommen ganz viele Leute von hinten, ne? Oh mein Gott, Leute, ich muss weg. Oh Gott, Leute, wir müssen weg, wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier, wir müssen weg hier, dass der Tube in seiner Bande kommt. Die ganze Bande kommt jetzt. Oh mein Gott, die sind gerade vor uns, glaube ich. Aber ich will lieber nicht auf Auto schießen, weil ich nicht weiß, ob da von uns ein paar Leute drin sind oder vom Gegner. Deshalb, Leute, lasst uns erstmal Ruined Reels uns alle treffen. Oh mein Gott. Dann schauen wir weiter. Ach, Ruined Reels sind die? Oh mein Gott, die gehen Ruined Reels. Wir gehen Fancy Fields, Leute. Das habe ich dir ganz ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Kann sein, dass du jetzt drauf gehen wirst, mein Freund. Alles gut, alles gut. Danke fürs Mitnehmen. Boah, G-Klassenkolonne hier, oder was? Fancy Fields. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, er snipet mich hier direkt, Leute. Ich brauche hier Abholung. Nein. Chillt doch, chillt doch, chillt doch. Leute, lasst Stanny auch erstmal ein bisschen zu seinem Team hingehen, damit es fairer wird. Genau, wir müssen uns hier erstmal neu wieder aufsammeln. Wir sammeln uns jetzt gleich nochmal. Dann gibt es hier nochmal gleich Action, wenn wir uns gesammelt haben. Ja, lasst uns genau, lasst uns erstmal Ruined Reels treffen. Und er trifft sich mit den ganzen anderen bei Fancy Fields. Ja, hier gehen Fancy Fields und hier geht Ruined Reels. Und dann werden wir uns treffen und dann werden wir gucken, wer das bessere Team hat. Okay, Leute, letzte Vorbereitung. Lasst uns wirklich nochmal gut alles vorbereiten. Zu dem großen Endcover. Das sind schon viele Down, muss man sagen. Das hat man echt selten. Farmt nochmal ein bisschen Metz. Okay, das müssen wir hier nochmal mitnehmen. Also, ja, mein Team, mein Team. Auch nochmal komplett Metz-Farm. Mein Team muss zusammenhalten. Komplett. Ihr müsst euch jetzt komplett ausrüsten, Leute. Komplett einmal wieder Fuhl machen. Leben, Fuhl machen. Nehmt euch nochmal Loot mit. Und dann werden wir die gleich, die End... Also, dann wird es gleich eine Zerstörung geben, Bro. Ich sag dir ehrlich... Du Sniper? Es wird gleich komplette Zerstörung für dich geben. Meinst du das? Safe, 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 safe. Also, ich sag dir ehrlich, die ein oder anderen Sniper-Schüsse, die euer Team drauf hatte, die waren schon schmackhaft. Ja, mein Team macht du Sniper. Die sind Sniper-Pros. Also, wenn ich gleich wieder so einen Hit abbekomme, dann ist Ende im Gelände. Das war ja auch legitim, Leute. Also, da wurde ich halt komplett legitim gekehlt. Ich würde sagen, wir warten die nächste Zone ab, halt. Und dann geht es richtig ab. Gucken, wo die nächste Zone sich trifft. Und dann, wenn wir komplett raufgehen. Mach dich bereit. Du hast ja immer noch keinen Full-Life, Bro. Ja, ich schau mir gerade live. Lass mich mal hier meine... Die Box hier, bitte. Danke dir, mein Bester. Ich brauche auf jeden Fall hier den Biggi und die Minis. Nehmt euch nochmal Loot mit. Sniper ist auch wichtig für Distanz, Leute. So, einmal die Minis hier. Gib mir einmal den Biggi, mein Bester. Hallo. Danke. So, ihr könnt jetzt hier die Minis sehen, die letzten Minis. Rüstet euch hier nochmal mit Waffen aus. Oh, ich hätte auch Bock auf eine Sniperino. Kann mir jemand eine Sniper ausleihen oder geben, falls er selber den nicht spielen will? Wo brauchen wir? Sniper haben wir. Ich brauche noch Sniper-Move ein bisschen. Oha, coole Move. Okay, das ist jetzt hier noch was von meinem Team übrig ist, oder was? Hä, Jungs, wo seid ihr alle? Nein. Wie viele hast du denn noch bei dir? Äh, alle mal in die Reihe aufstellen. Alle mal in der Reihe aufstellen. Team Weiß, lass uns mal bei dem R von Reels treffen. Bei dem R von Reels. Ey, 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 wer feiert uns denn hier schon? Oh, dankeschön. Ich glaube, dir meine anderen Items, wenn du willst. Such dir was nach vorne aus. Da drüben, die sind alleine, Jungs. Angriff, Angriff, Angriff. Da drüben, Angriff. Die sind nicht... Alle beim R treffen. Die sind alleine hier. Rein, da, rein, da, rein, da, Leute. Die holen wir uns. Jetzt gucken wir, wo die Zone ist und danach schauen wir mal weiter, my friends. Boah, wie viele Leute hier sind. Geil. Der ist weg, der ist weg. Okay, wir sind auf dem Berg. Wo wird die Zone sein? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab die Achtung, ich hab mir den Metz mehr. Killed die Leute, killt ihn. Die haben die Zone, aber die haben auch die Zone. Oh Gott, ich hab keine Metz mehr, Bro. Killed die einen, hier, killt ihn einen hier, Leute. Hier ist einer. Killed ihn, killt ihn, killt ihn. Hinterher, hinterher, hinterher. Der dürfte nicht überleben, der dürfte nicht überleben. Die bei, schiebe einfach in die Luft. Aus Prinzip. Der dürfte nicht überleben. Hier, rein, da, rein, da, rein, da. Babam, 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 bam. Das sieht voll cool aus. Boah, der ist gut, hier. Das ist ein guter von Team Weiß. Und sparen. Das ist definitiv ein guter. Das Problem ist gar keine Metz mehr, Jungs. Habt ihr den geholt? Ich brauch noch mal Heal hier, wenn ihr habt. Heal. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Team Weiß Concentration. Gleich geht der Kampf richtig los. Stellt euch allen Fancy Fields auf. allen fancy fields ausstellen jungs danke für das hier das war ein guter wir haben hier gerade war ein getrunken ich bin wieder da wir haben hier hatten richtig guten von euch geholt der ist da und der ist da und nein wie hast du denn geholt ich weiß ich wieder heißt ich habe nicht geguckt aber der wochen für dich nach so etwa jefferson geholt ok freunde gehen auf ein drauf passen denkt an high ground metz noch mal mitnehmen wir sind zwar unterteilt aber wir hier noch mal mit jungs ich werde ich fast live zu machen dass er auch war also keine panik auf titanic oder jemand von uns gesnippt oder was ich ja voll strecker waffe das voll die müllwaffe voll die ekelhafte waffe macht euch alle bereit macht euch alle jetzt bereit wir haben hier zone wir haben die zonen das sehr gut holt noch mal die mats ihr braucht die weiß macht euch ready gleich wissen wir wo die nächste zone sein wird und danach werden wir den letzten start machen danke mein bester dank dir ehre 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 die sind irgendwo richtung süden 192 und hier wird zwar leben perfekt so muss es sein da ist sogar noch ein truck das heißt eventuell können wir das noch holen ohne bei uns kommt oder in der mitte hier aufbauen okay die aufbauen gehen jetzt einfach all in drauf die werden aufgeben wir müssen abwehrleute wir müssen den angriff abwehren weiß ich kann euch keine befehle mehr geben überlebt das einfach angriff abwehren angriff einfach nur abwehren epische musik wir haben uns lange genug vorbereitet es wird kein zurück mehr geben jetzt oder nie angriff versucht euch gegenseitig nicht zu treffen ganz wichtig jungs mich nicht einmalig fight doch für euch nicht gegenseitig einbauen immer auf das weiße team drauf versuch gutes leipzig vorrücken vorrücken wir haben hier die zone die das ist hier geht nicht rein lasst die kommen lasst die kommen leute wir müssen nicht reingehen wir müssen nicht reingehen wir müssen schlau spielen schlau spielen schöne sniper schuss schüsse landen und alles gut team weiß ich versuche mein gott ihr habt echt die heftigsten sniper ich habe schon wieder einen hinterher bekommen bin gleich da und das ist leute nicht alle auf dem haufen ganz wichtig nicht alle auf dem haufen ist nicht gut wir haben hier so krasse posi die bauen hier richtig krass aus bei mir brauchen hier richtig gut bei mir aus okay das sieht nicht gut aus das sieht gar nicht gut aus obwohl wir weniger sind leute dominieren wir gerade das schlachtfeld ist ein kapitän ist raus leute das war's gewesen es tut mir leid hier stellung halten leute und kämpfe die weiß die muss zusammenhalten mich dann kriegt ihr meine meds geht mich käme ich der zeitpunkt ist gekommen leute freunde noch schon alt hier links in die zone gleich rein links in die zone rein links in die zone rein rotieren links in die zone rein rotieren wir sind hier direkt wieder in der zone leute direkt wieder wichtig 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 hier bauen hier bauleute wird ihm schwarz gewinnen oder ich sag du hast keine chance also dein team hat echt keine chance junge ich habe hier profis bei mir im team guck mal was ich auch wie gesagt die sniper schüsse waren eklig wir haben hier direkt alles eingenommen sehr stark nimmt hier noch mal meds mit leute alles will ich am jetzt mitnehmen ich sehe nur viele von team schwarz aber kein von team weiß hat ich auch ja ich schicke es auch hat nicht also jetzt so wenn wir sind echt ich glaube ich war gar nicht in der unterzahl ich habe das gefühl wie waren die ganze in der unterzahl junge alle rein leute alle rein da ist doch gar keiner mehr von team weiß doch 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 hier sind welche verstecken sich die leute denkt dran die werden sich verstecken sucht ihr alle raus passt auf welches team ihr angreift aber die verstecken sich hier die werden sich überall verstecken weil die dann zum ich sehe schon welche hier hier drüben 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 also ich bin echt gespannt da haben wir kartoffeln weekend rein hier rein hier die werden wieder belegen wollen wiederbeleben ok und weg ist hier siehst du die leute die stelle macht gerade presche alleine jungs alle rein die kann ich werde ich habe mir gewonnen ja wie geworden ist das schon weg gewesen nein das war der weekend wieder in die zonerei sehr gut stein bekommt so und damit sehr gut so er viele von seinem team bei sich sehr gut stark 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 sein team ist gerade bei ihm beschützt mich hier sehr gut hier haben wir noch mal die großen schild dran bekommen so top team top team top team top team so hast du noch jemand gut aus ich versuche euch hinweise zu geben er ist gerade mit fünf leuten in der ecke über dem g und okay wir bauen uns jetzt auf ein gott hoch ein gott hoch ein gott hoch wir sind auf high ground und jetzt gucken wo die sind jetzt gucken wo die sind freunde die waren richtung zone wir gehen in die zone auf high ground wir sind der high ground leute sehr gut dahinten sind feils da braucht unser team unterstützung ja das war's das war's sieht gar nicht gut aus das war's wirklich so ihr wart in der unterzeit glaube ich nicht mein freund glaube ja da sind alle rauf darauf 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 da nein maximilian da sind auch welche die leute sind noch welche hier drinnen bei mir leute hier drinnen bei mir einmal ausschießen es leben insgesamt noch 22 leute die frage ist wie viele von einer von uns das ist einer von uns leider nicht erkennen aber team weiß ist das war's weiß man und nicht weiß man und nicht dann das war's also da kann jetzt nicht mehr passieren da ist noch einer hier so einer alle rauf da alle rauf da aber aufpassen ob ich schießt er ist hier unten er kann nichts machen rein sprain rein sprain wo ist er hin wo sehr ich glaube er ist weg ok leute unterschätzt das nicht unterschätzt dass ich die werden sich hier irgendwo noch verstecken deswegen oder dafür wieder rum da oben 19 leute insgesamt man weiß jetzt nicht ob noch team weiß vorhanden aber wir haben leider versagt also ich weiß gar nicht wo die alle her auf einmal kommt freude aber von anfang an so gewesen ich war ja mit einem fast auf dem zug und da war echt nicht viele ok ich würde sagen alle gegen alle für fort nein ladies and gentlemen wer wird jetzt von team schwarz der beste sein das werden wir gleich herausfinden guter hit zehn leute nur noch stand die top 10 stand die top 10 meine freunde er hat eine gute position zone ist auch gerade gut am rasen man muss natürlich sich voranschreiten gute hits von stanni hat hier jemanden gekillt unter anderem die kollegen dessen nahm ich gerade nicht vorlesen kann aber stand ich versuche hier mit seiner kralle weiter nach vorne voranzuschreiten und jetzt muss er gucken wie viele mats er noch übrig hat es wird spannend es wird spannend wie weit wird stand die kommt top 5 top 5 top 5 schade wer wird der beste aus dem team wir gucken grad sorg zu sorg hat sich zum weiteren kollegen hier eliminiert vier spieler insgesamt er kriegt den hit von hinten ab und 54 ab hier nur noch oben das wird nichts das wird nichts die zone macht auch noch mal druck wir gucken hier anonymen anonymen wie gerade keine oder auch geholt von der zone und damit ist das radar persönlich Ich bin der GG. Danke.